Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma mad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu dieser Folge, wo wir über die Eigenschaften einer Frau im Islam sprechen. Wir haben erwähnt, in der Reihenfolge, wo es um den Mann im Islam ging, dass der Mann seine Rolle hat und die Frau ihre Rolle hat im Islam. Der Mann hat seine Natur und die Frau hat ihre Natur. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat für jeden von den beiden Rollen bestimmt und Eigenschaften bestimmt und Pflichten und Rechte bestimmt. Zu den größten Eigenschaften einer Frau ist, meine lieben Geschwister im Islam, wir reden hier von der rechtschaffenden, tugendhaften Frau, die eine Ehefrau sein möchte, eine Hausfrau sein möchte, eine Mutter von Kindern sein möchte. Die größte Eigenschaft, die sie haben muss, ist das Gefühl der Gehorsamkeit. Das Gefühl der Gehorsamkeit gegenüber ihrem Ehemann. Und dies beinhaltet, dass sie weiß, dass sie im Allgemeinen schwächer ist als der Mann. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er über die Frauen sprach, sagte er, Naqisatu aqlin wa din, bei Bukhari ibalifat. Naqisatu aqlin wa din. Die Frauen haben in der Regel gegenüber den Männern eine Schwäche im Verstand und eine Schwäche in der Religion. Das heißt, sie sind schwächer vom Verstand her und schwächer von der Religion her. Und als er dann gefragt wurde, sallallahu alaihi wa sallam, was das genau bedeutet, dann sagte er, dass bei der Zeugenaussage, die Zeugenaussage einer Frau, nur die Hälfte der Zeugenaussage eines Mannes ist. Und was die Religion angeht, so hat die Frau die Regelblutung. Das heißt, sie hat Tage, vielleicht sogar Wochen, wo sie nicht beten kann und nicht beten darf. Und das heißt auch nochmal, jetzt, wenn wir über die Natur der Frauen sprechen, dass die Frauen in der Regel ihre Emotionen über ihren Verstand stellen. Also die Frauen sind mehr emotional als rational. Die Männer mehr rational als emotional. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala die Frau auch als Mutter bestimmt für die Kinder, weil sie diese Emotionen hat, wie sonst kein anderer Mann. Sie muss diese Emotionen haben, sie muss diese Gefühle haben, diese Zuneigung haben, diese Zärtlichkeit haben, damit sie auch barmärzig mit den Kindern umgehen kann und damit sie auch die Kinder erziehen kann. Und deswegen muss die Frau wissen, dass sie vom Körper, der Religion und dem Verstand dem Mann unterliegt. Die Frau muss das wissen. Sie muss wissen, ich bin gegenüber dem Mann schwächer in meinem Körper, schwächer in meiner Religion und schwächer in meinem Verstand. Und das verleitet sie dazu, auch dem Mann dann Gehorsam zu leisten, weil er derjenige ist, der einen stärkeren Verstand hat, derjenige ist, der die stärkere Religion hat, derjenige ist, der einen stärkeren Körper hat. Ja? Und das zum Nutzen der Frau. Das zum Nutzen der Frau. Wenn wir zum Beispiel über den Körper reden, weil es könnten jetzt Frauen kommen und sagen, was soll das, du machst die Frauen hier runter, du unterdrückst die Frauen hier, du machst die Frauen schlecht, was erzählst du da, die Frauen sind schwächer als die Männer. Diese Schwäche hat einen Vorteil oder die Stärke des Mannes hat einen Vorteil im Islam. Für die Frauen. Zum Beispiel, wenn es um die Verteidigung geht. Ein Mann muss, weil er ja stärker als eine Frau ist, die Frau verteidigen, wenn sie jemanden angreifen. Als Ehemann zum Beispiel. Der Mann muss, ja, draußen arbeiten gehen. Auch wenn die Arbeit eine schwere Arbeit ist. Die Frau nicht. Die Frau muss das nicht. Der Mann muss, wenn es zum Beispiel dazu kommt, dass das Haus der Frau angegriffen wird, das Land der Frauen angegriffen wird, dann muss der Mann wegen seiner Körperkraft dann die Häuser und die Länder, wo sich auch Frauen befinden, verteidigen. Das heißt, diese Kraft ist zum Vorteil der Frau. Dann die Religion. Die Frau ist schwächer als der Mann in der Religion. Stimmt. Und der Mann ist stärker als die Frau in der Religion. Stimmt. Aber das auch nochmal zum Nutzen der Frau. Weil der Mann ist im Islam verpflichtet, der Frau zu helfen bei ihrer Ausübung der Religion. Er ist verpflichtet, der Frau beizubringen. Er ist verpflichtet, die Frau zu unterstützen, ihre Religion zu praktizieren. Und der Mann ist verpflichtet, der Frau die Religion mitzugeben und die Religion zu lehren, weil er im Grunde stärker ist in der Religion als die Frau. Und er muss auch Nachsicht haben für die Frau. Wenn die Frau zum Beispiel ihre Tage hat, wenn die Frau zum Beispiel ihr Wochenblut hat, ihr Wochenbett, wenn sie im Wochenbett ist, dann muss der Mann Rücksicht auf sie nehmen. Warum? Weil sie kann nichts dafür. Sie kann zwar nicht beten, sie kann nicht beten und sie kann auch nichts dafür. Das hat sie ihr nicht selber gemacht. Und deswegen muss dann der Mann, weil er stärker in der Religion ist, Nachsicht haben und Rücksicht haben auf seine Frau. Und ihr dabei helfen, ihre Religion besser zu praktizieren. Dann reden wir über den Verstand. Der Mann muss der Herr des Hauses sein. Also das heißt, er muss seinen Verstand benutzen und nicht nach den Emotionen der Frau gehen. Das heißt, er muss sich um die Finanzen kümmern. Er muss sich um den Schutz kümmern. Er muss sich um die Bildung der Frau und der Kinder kümmern. Er muss sich um die Versorgung kümmern. Er muss sich um die Wohnung kümmern. Er muss sich um die Möbel kümmern. Das ist alles Aufgabe des Mannes. Er muss darüber nachdenken und nicht die Frau. Wenn die Frau das macht, kein Problem. Aber er muss derjenige sein, der darüber nachdenkt. Er muss über den Umzug nachdenken. Er muss über die Renovierung seiner Wohnung nachdenken. Das muss alles der Mann machen. Wenn die Frau dazukommt, ist es kein Problem. Aber er ist derjenige, der darüber nachdenken muss und nicht die Frau, weil er einen stärkeren Verstand hat als die Frau. Dieses Gefühl der Gehorsamkeit fängt schon vor der Ehe an. Und zwar fängt es bei dem Vater an und bei dem Bruder an. Wenn die Frau einen Vater hat, dann muss sie sich ihm gegenüber gehorsam fühlen, weil er, wie ich gesagt habe, vom Körper stärker ist in der Regel, von der Religion und vom Verstand. Wenn sie einen älteren Bruder hat, dann muss sie sich auch ihm gegenüber gehorsam fühlen, damit sie dann auch als Ehefrau ihren Ehemann gehorsam leistet. Das lernt sie alles in der Wohnung, das lernt sie alles in ihrem Zuhause. Und da wir heute leider Männer haben, Väter haben, die keine Eifersucht haben und Brüder haben, also Brüder von Schwestern, die keine Eifersucht haben, die keine Verantwortung tragen wollen, weil wir heute Männer haben, die keine Männer sind, haben wir auch diese Frauen, die heute keine Frauen mehr sind, die sich wie Männer benehmen. Warum? Weil sie kennen es nicht anders von zu Hause. Der Vater sagt nichts, der Bruder sagt nichts, der Onkel sagt nichts, der Großvater sagt nichts, keinen Interessiertes, was sie anhat, keinen Interessiertes, mit wem sie verkehrt, keinen Interessiertes, ob sie überhaupt betet, ob sie überhaupt den Hijab trägt. Und dann heiratet diese Frau und dann auf einmal wundert sich der Mann, der Ehemann dann, warum diese Frau ihm Widerworte gibt, warum sie ihm nicht gehorchen möchte, warum sie nicht auf ihn hört, warum sie mit anderen Männern spricht, warum sie mit anderen Männern lacht und so weiter und so fort, warum sie sich nicht vernünftig kleidet, warum sie nicht vernünftig ist. Und deswegen, die Gehorsamkeit fängt zu Hause an, beim Vater, beim älteren Bruder. Das ist Islam. Das ist Islam. Weil Islam ist Schutz der Familie. Nicht das, was wir jetzt heute sehen im Westen. Ja, dieses Chaos, was wir sehen unter den Familien. Es gibt gar keine Familien mehr fast. Ja, die Westler haben dieses Wort Familie, kennen sie nicht mehr. Der Vater, die Mutter, man lebt zusammen, Bruder, Schwester, Onkel, Cousin, Cousine, das gibt es fast nicht mehr. Und deswegen, wir Muslime schützen uns vor diesem Chaos. Schützen uns vor diesem Unheil. Dass Familien kaputt gehen. Dass man nicht mehr seinen Vater kennt, nicht mehr seine Mutter kennt, nicht mehr seinen Schwester, seinen Bruder, seinen Onkel kennt. Und deswegen fängt der Schutz, die Schutzmaßnahme fängt schon in der Familie an. Bevor es mit der Ehe weitergeht, fängt es schon in der Familie an. Dann muss die Frau wissen, dass sie für die Zufriedenheit ihrer Familie da ist. Das heißt, sie muss alles dafür tun, ihren Vater zufriedenzustellen, ihre Mutter zufriedenzustellen, ihren Bruder, ihre Schwestern, ihre Familie und dann natürlich am Ende ihren Ehemann. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte dazu bei Tirmidhi Belifat, jede Frau, die stirbt, während ihr Mann mit ihr zufrieden ist, kommt ins Paradies. Jede Frau, die stirbt, während ihr Mann mit ihr zufrieden ist, wenn man ihn fragt, warst du mit ihr zufrieden als Ehefrau, warst du mit ihr zufrieden als Mutter, warst du mit ihr zufrieden als Muslima, als Gottesdienerin, dann sagt er, alhamdulillah, ich war zufrieden. Diese Frau kommt ins Paradies. Aber wie viele Frauen sind das heute? Wie viele Männer können wir finden, die sagen, ich bin zufrieden mit meiner Frau? Ich bin zufrieden mit ihr als Ehepartnerin, ich bin zufrieden mit ihr als Mutter, ich bin zufrieden mit ihr als Ehefrau. Wie viele? Und wie viele Frauen können wir finden, die zufrieden sind mit ihren Ehemännern? Nur ist der Unterschied, dass die Zufriedenheit des Mannes wichtiger ist, weil davon hängt der Eintritt ins Paradies ab. Deswegen, die Zufriedenheit des Mannes muss das größte Ziel einer Frau in ihrem Leben sein. Das heißt, das größte Ziel einer Frau im Islam ist, dass sie heiratet, um ihren Ehemann zufriedenzustellen. Warum? Weil sie möchte das Paradies. Sie möchte ins Paradies hinein. Das größte Ziel, was sie hat, ist zu heiraten und nicht eine Karriere zu machen und nicht berühmt zu werden und nicht Geld zu verdienen und nicht eine Ausbildung zu machen oder ein Studium zu beenden. Wenn sie das macht, ist es nicht verboten. Aber das muss nicht das Ziel sein, sondern das Ziel muss eher sein, eine Ehefrau zu sein, eine Mutter zu sein. Weil das ist, was bleibt am Ende. Wenn du stirbst, fragt dich keiner mehr nach deinem Studium. Wenn du gestorben bist, fragt dich keiner mehr nach deinem Studium. Wenn du gestorben bist, fragt dich keiner mehr nach deiner Berühmtheit. Wenn du gestorben bist, fragt dich keiner mehr nach deiner Ausbildung. Aber wenn du gestorben bist und Kinder hinterlassen hast, diese Kinder werden für dich Duan machen. Diese Kinder werden für dich spenden. Und die guten Taten dieser Kinder kommen alle auf dein Konto. Also was ist jetzt besser? Was ist beständiger? Was ist lieber bei Allah? Wobei es zu 90% so ist, dass diese Frauen, die dann halt ein Studium machen, die Ausbildung machen, dann zu 90% ihren Hijab nicht richtig tragen können, nicht richtig beten können. Sie haben Kontakt zu Männern, werden von Männern angesprochen, angemacht, angelächelt und so weiter und so fort. Und diese Frauen sind dann auch die Frauen, die dann leider auch dann entweder gar nicht heiraten oder dann erst spät heiraten. Erst spät heiraten, mit Mitte 30 und dann bekommen sie Kinder, ja oder nein, ist wieder eine andere Frage. Dann muss eine Frau wissen, dass der Ungehorsam gegenüber ihrem Vater, gegenüber ihrem älteren Bruder und vor allen Dingen gegenüber ihrem Ehemann eine Sünde ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass wenn ein Mann seine Ehefrau zu Bett ruft und sie das ablehnt ohne triftigen Grund, dann wird sie verflucht von den Engeln bis zum Morgen bei Bukhari Muslimen beliefert. Und in einer anderen Belieferung heißt es, dass die Engel sie so lange verfluchen, bis der Mann mit ihr zufrieden ist. Bis der Mann mit ihr zufrieden ist. Das heißt, sie muss ihm gehorchen, wenn er sie zu Bett ruft. Sie muss ihm gehorchen, wenn er ihr sagt, dass sie ihren Hijab korrekt anziehen soll. Sie muss ihm gehorchen, wenn er ihr sagt, dass sie keine Musik mehr hören darf. Sie muss ihm gehorchen, wenn er ihr sagt, dass sie beten soll. Sie muss ihm gehorchen, wenn er ihr sagt, bleib zu Hause. Sie muss ihm gehorchen, wenn er ihr sagt, geh nicht raus aus dem Haus. Sie muss ihm gehorchen. Und wenn sie ihm Ungehorsam leistet, dann begeht sie eine große Sünde im Islam. Und sie wird verflucht von Allah. Deswegen beschreibt Allah in Surat al-Baqarah die Frauen, die rechtschaffenden Frauen. Womit? Er sagt, sie sind rechtschaffend. Aber womit beschreibt er sie? Er sagt, Die Frauen, die rechtschaffend sind, und die Frauen, die gehorsam sind. Karnität, sagt Abdullah ibn Abbas hier, bedeutet, dass sie gehorsam sind zu ihren Ehemännern. Hafizatun lil Raibi ima Hafizallah. Sie sind Frauen, die das Verborgene schützen. Das heißt, die das Vermögen ihres Mannes beschützen, die die Ehre ihres Mannes beschützen. Das sind die rechtschaffenden Frauen im Islam. Und das ist der Maßstab einer rechtschaffenden Frau im Islam. Der Maßstab einer rechtschaffenden Frau im Islam ist nicht, dass sie hunderte Beiträge im Instagram posten. Der Maßstab ist nicht, dass sie auf YouTube irgendwelche Videos hält, irgendwelche Videos hat. Der Maßstab ist nicht, dass sie einfach nur sich bedeckt oder nicht mehr Kontakt zu Männern hat. Sondern der Maßstab ist, dass sie heiratet und gehorsam ist zu ihrem Ehemann. Die rechtschaffenden Frauen, die besten Frauen, sind die Ehefrauen. Und deswegen frage dich, meine lieben Geschwistern, deswegen frage dich, meine liebe Schwestern, warum bist du noch nicht verheiratet? Es gibt Frauen, ich kann es nicht glauben, die sind Mitte 30, 40, Mitte 40 und sind nicht verheiratet und haben nicht mal Kinder. Muslimische Frauen, muslimische Frauen. Deswegen die Rechtschaffenheit einer muslimischen Frau erreicht erst dann die Spitze, wenn sie verheiratet ist, ihrem Ehemann gehorcht und Kinder bekommt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, die beste unter den Frauen ist die, bei der du dich freust, wenn du sie siehst. Und wenn du ihr befiehlst, gehorcht sie dir. Und wenn du sie, wenn du sie, wenn du abwesend bist von ihr, dann schützt sie dein Vermögen und sich selber. Die besten Frauen von der Taqwa her, vom Iman her, vom Praktizieren der Religion her, sind wer? Sind die Frauen, die sich schön machen für ihre Ehemänner. Sind die Frauen, die ihre Ehemänner mit einem Lächeln begegnen zu Hause. Die Frauen, die ihre Ehemänner zufriedenstellen. Die Frauen, die ihre Ehemänner zum Lächeln bringen. Die Frauen, die ihre Ehemänner glücklich machen. Das sind die besten Frauen. Wenn du sie anschaust, freust du dich, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Wenn du sie anschaust, freust du dich, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Das sind die rechtschaffenden Frauen. Und nicht die Frau, wenn du nach Hause kommst, ist sie überhaupt gar nicht da. Warum? Weil sie auch am Arbeiten ist. Bis spät in die Nacht. Und nicht die Frau, wenn du nach Hause kommst, dann schaut sie dich nicht mehr an. Weil sie die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, mit irgendwelchen Frauen zu telefonieren. Und nicht die Frau, wenn du nach Hause kommst, hat sie sich weder schön für dich gemacht, noch hat sie das Essen gekocht, noch hat sie die Wohnung geputzt. Das ist keine rechtschaffende Frau, Mister. So eine Frau ist keine gute Frau, Mister. Die guten Frauen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sind die Frauen, die ihre Ehemänner glücklich machen. Die ihre Ehemänner freudig machen. Die ihren Ehemännern eine Freude bereiten. Die ihre Ehemänner zum Lächeln bringen. Und wenn du sie, er sagt, und wenn du ihr befiehlst, gehorcht sie dir. Das heißt, sie diskutiert nicht mit dir. Sie gibt keine Widerworte. Sie streitet nicht mit dir. Sie schreit dich nicht an. Sie schlägt dich nicht. Sie spuckt dich nicht an. Sie beleidigt dich nicht. Wie das heute der Fall ist. Heute gibt es Frauen, die ihre Männer schlagen. Die ihre Männer beleidigen. Die ihre Männer aus der Wohnung rausschmeißen. Sofort, wenn es eine Diskussion gibt, ruft sie die Polizei an. Damit die Polizei den Ehemann aus der Wohnung rausschmeißen kann. Man ruft Kuffar zur Hilfe, damit man seinen Ehemann, der Muslim ist, aus der Wohnung rausschmeißt. Und dann gibt es noch andere, die dann bei der Polizei eine Meldung machen. Eine Anzeige gegen den Ehemann machen. Und der Polizei sagen, der Mann darf nicht im Umkreis von 200, 300 Meter sich meiner Wohnung annähern. Und dann gibt es andere, die dann sogar verbieten, dass der Mann seine Kinder sehen kann. Und so weiter. Die Liste ist lang. Das sind keine guten Frauen. Das sind böse Frauen. Das sind schlechte Frauen. Das sind ungehorsame und verfluchte Frauen bei Allah. Und wenn du abwesend bist, sagt der Prophet, dann schützt sie dein Vermögen. Und schützt deine Ehre. Das heißt, sie gibt nicht einfach von deinem Geld aus, ohne dass du es weißt. Sie benutzt nicht deine Kreditkarte, ohne dass du es weißt. Sie benutzt nicht dein Geld, ohne dass du es weißt. Sondern sie sagt dir Bescheid, wenn sie irgendwas kaufen möchte von deinem Geld. Weil du bist derjenige, der das Geld nach Hause bringt. Und nicht sie. Wenn sie Geld hat, in ihrem Geld selber, dann kann sie damit machen, was sie möchte. Solange es halal ist. Aber solange es dein Geld ist, muss sie dich um Erlaubnis fragen. Und sie beschützt deine Ehre. Das heißt, sie geht dir nicht fremd. Sie flirtet nicht mit irgendwelchen anderen Männern. Sie lässt nicht irgendwelche fremden Männer, auch wenn sie von der Familie sind, in die Wohnung rein. Und sie spricht nicht schlecht über dich, während du abwesend bist. Sie spricht nicht schlecht über deine Mutter, deinen Vater und deine Familie schlecht. Sie spricht nicht schlecht über deine Familie, über deinen Vater, über deine Mutter, bei anderen Menschen. Sie macht dich nicht schlecht bei den anderen Frauen. Indem sie sagt, er ist geizig, er ist schlecht, er ist so, er ist so, er ist so. Das macht sie nicht. Sie spricht nicht bei anderen Menschen über dich, sondern sie bewahrt deine Ehre. Auch wenn du Fehler hast. Jeder von uns hat Fehler. Keiner von uns ist perfekt. Es gibt keine perfekten Ehe. Es gibt nur gute und schlechte Ehe. Und wenn ihr eine gute Ehe habt, selbst wenn ihr eine schlechte Ehe habt, dann darfst du nicht über deine Ehe einfach so reden, wenn es keinen Nutzen gibt. Wenn du nicht mit einem Gerichter reden musst, mit einem Imam, mit einem Scheich, mit einem weisen Mann oder auch mit einer Frau, die weise ist und die dir gute Ratschläge geben kann, dann sprich mit niemandem über deine Ehe. Weil das ist deine Ehre. Und das ist die Ehre deines Mannes. Du kannst nicht einfach so mit den Leuten darüber reden. Deswegen bewahre deine Ehe. Bewahre deine Ehre. Weil am Ende bist du dann diejenige, über die man lachen will. Du bist dann diejenige, über die man reden wird. Du bist dann diejenige, über die man spotten wird. Die Frauen werden dann sich zusammentreffen und dann bist du Hauptthema. Du und deine Ehe und deine Kinder und dein Mann und deine Ehre im Endeffekt. Bist dann Hauptthema in irgendwelchen Sitzungskreisen von Frauen, die gerne lästern über andere Menschen. Deswegen bewahre deine Ehe. Bewahre deine Ehre. Bewahre dein Stolz. Bewahre dein Haus. Bewahre deine Familie, indem du nicht mit jemandem, irgendjemandem darüber redest. Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn ich jemanden befehlen würde, zu jemandem sich niederzuwerfen, außer zu Allah, so würde ich der Frau befehlen, sich vor dem Ehemann niederzuwerfen, wegen seinem Recht. Bei Nasa'i überliefert. Hier gibt es Muslime, ja, liberale, sogenannte liberale Muslime, die so welche Ahadith ablehnen wollen und sagen, dass sowas hat der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam niemals gesagt. Wie kann er sowas sagen? Wie kann er sagen, dass die Frau sich niederwerfen soll? Man soll sich doch nur für Allah niederwerfen. Richtig, aber der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam sagt hier nicht, sie soll sich niederwerfen. Er sagt, wenn ich jemandem befehlen würde, sich niederzuwerfen, dann würde ich der Frau sagen, wirf dich nieder vor deinen Ehemann. Wegen dem Recht, den er hat. Wegen dem gewaltigen Recht von ihm ihr gegenüber, sagt der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam. Das ist der Islam. Wem das nicht gefällt, dem gefällt es nicht. Das ist der Islam. Das sind die Quellen des Islam. Wir brauchen uns nicht für unsere Religion zu schämen. Wir brauchen uns nicht für unsere Werte zu schämen. Das ist über 1400 Jahre alt. Die Muslime haben schon immer so gelebt. Und wir brauchen uns nicht zu verändern, nur weil die Kuffar sich verändern. Weil die haben genauso gelebt. Oder ähnlich. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, da gab es auch Gehorsam gegenüber dem Ehemann. Da kannte man sowas nicht, was man heute hat. Das gab es nicht in Europa. Erst vor ein paar Jahrhunderten haben die Europäer dann angefangen, dann ihre Werte, die sie ja eigentlich vom Christentum haben, die ihren Ursprung im Christentum finden, dann über Bord zu schmeißen und dann fing dann die sogenannte Revolution an und dann irgendwann mal gab es dann die Emanzipation und dann hat es sich zu dem entwickelt, was wir heute sehen. Dass es gar keine Ehen mehr gibt, gar keine Familien mehr gibt. Jeder macht, was er will. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, wenn eine Frau ihre fünf Gebete betet, ihren Monat fastet, ihre Scham behütet, ihren Schambereich hütet und ihrem Ehemann gehorcht, dann wird ihr gesagt, geh ins Paradies hinein, durch welche Tür du möchtest, bei Ahmed überliefert. Dieser Hadith zeigt, dass die Frau weniger Pflichten hat, wie der Mann im Islam. Warum? Weil die Frau, wie ich am Anfang gesagt habe, schwächer ist als der Mann. Nicht den Körper hat wie ein Mann. Nicht die Religion hat wie der Mann. Nicht den Verstand hat wie der Mann. Und deswegen hat Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sie vor vielen Pflichten verschont. Und nicht wie beim Mann. Der Mann hat viel mehr Pflichten. Und hier muss auch gesagt werden, nochmal zu dem Unterschied zwischen Mann und Frau. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist genau das, was ja den Mann an einer Frau anzieht. Ja? Die meisten Männer heute sind keine Homosexuellen, die auf Männer stehen. Sondern die meisten Männer heute immer noch sind Männer, die auf Frauen stehen. Aber was zieht denn den Mann an? An einer Frau? Genau das. Weil sie einen anderen Körper hat wie der Mann. Und weil sie anders denkt wie der Mann. Und weil sie emotionaler ist wie der Mann. Das ist genau, was einen Mann an eine Frau anzieht. Und deswegen hat Allah, sallallahu alaihi wa sallam, aufgrund dieser Natur des Mannes und der Frau auch die Regeln des Islam bestimmt. Genauso hier. Wenn eine Frau fünfmal am Tag betet, wie lange ist ein Gebet? Fünf Minuten vielleicht. Und die Frau muss nicht in die Moschee wie der Mann. Der Mann, wenn er in einem Land lebt, wo er den Adhan hört, oder sogar in Europa, wenn die Moscheen in unmittelbarer Nähe ist, dann muss er, wenn er Zeit hat, in der Moschee beten. Laut vielen Gelehrten. Die Frau aber nicht. Die Frau betet einfach nur zu Hause. Und wenn sie die Monatsblutung hat, dann muss sie nicht beten. Wenn sie das Wochenbett hat, dann muss sie nicht beten. Wenn sie ihren Monat fastet, wenn sie Ramadan fastet, ja, und hier muss auch nochmal gesagt werden, wenn die Frau schwanger ist, dann muss sie nicht fasten. Wenn sie stillt, muss sie nicht fasten. Wenn sie die Tage hat, muss sie nicht fasten. Wenn sie das Wochenbett hat, muss sie nicht fasten. Ihren Schambereich hütet, das heißt, keine Unzucht begeht und das gilt genauso für den Mann. Der Mann darf keine Unzucht begehen und genauso die Frau. Für beide gilt diese Regel. Für beide gilt diese Regel. Weil im Islam gibt es keinen Ehrenmord. Im Islam gibt es kein Macho-Gehabe, dass der Mann tun kann, was er will und die Frau, wenn sie einmal nur einen Mann schief anguckt, dann wird sie gesteinigt. Nein, sowas gibt es nicht im Islam. Die Unzucht ist für beide verboten. Für den Mann, sowie auch die Frau. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das ganz klar im Koran. In der Surah Nur spricht er zu den gläubigen Männern, dass sie ihre Blinke senken sollen und ihre Scham hüten sollen. Das heißt, dass sie keine Unzucht begehen. Genauso die Frauen sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Keine Unzucht begehen sollen. Das heißt, dass sie keine Unzucht begehen sollen. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Nur ganz klar, dass die Männer, so wie die Frauen, ihre Augen, ihre Blicke senken sollen und ihre Scham hüten sollen. Und genauso sagt er, ja eyyuhal ladzina amanu, la taqrabu zina. Oh, ihr glaubt, Männer wie Frauen, nähert euch nicht der Unzucht. Das heißt, es gilt für beide. Und, wenn sie ihrem Mann gehorcht, wenn sie ihrem Mann gehorcht, im Guten natürlich, weil hier muss gesagt werden, la ta'atilil muhluki fi ma'asiatil khaliq, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Es gibt kein Gehorsam dem Geschöpf gegenüber, dem Ungehorsam Allah gegenüber. Dem Schöpfer Allah gegenüber. Das heißt, wenn der Mann, der Frau befiehlt, beispielsweise, dass sie ihm Alkohol kauft, darf sie das nicht. Dass sie ihm Zigaretten kauft, darf sie nicht. Dass sie Beischlaf haben, während sie die Periode hat, was verboten ist, darf sie ihm nicht gehorchen. Das heißt, sie muss ihm nur dann gehorchen, wenn es auch erlaubt ist und wenn es auch ein Gehorsam ist. Wenn sie ihrem Ehemann dann auch gehorcht, wenn sie dann auch ihrem Ehemann gehorcht, dann wird ihr gesagt, geh ins Paradies hinein, durch welche Tür du möchtest. Subhanallah. Das heißt, sie darf ins Paradies hinein und durch welche Tür sie möchte, allein nur, weil sie diese Taten praktiziert hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, bei dem in dessen Hand die Seele von Muhammad ist. Das heißt, Allah, ich werde hier bei Allah, eine Frau wird das Recht ihres Herrn nicht erfüllen können, bis sie das Recht ihres Ehemanns erfüllt, bei Imaja überliefert. Das heißt, eine rechtschaffende Frau, die Allah gehorsam leisten möchte, die Allah lieben möchte, die Allah Zufriedenheit haben möchte, kann das nur dann erlangen, wenn sie ihrem Ehemann gehorcht. Deswegen schaue, wie du zu deinem Ehemann bist, meine liebe Schwester. Schaue, wie sehr du deinem Ehemann gehorchtst. Einmal kam eine Frau zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und fragte ihn über ihren Ehemann, über das Paradies. Und dann sagte er zu ihr, schau, wie du mit deinem Ehemann umgehst, denn er ist entweder dein Paradies oder deine Hölle. Er ist entweder dein Paradies oder deine Hölle. Das heißt, wenn du ihm gehorchtst, gut zu ihm bist, ihn zufriedenstellst, dann ist er der Grund für deinen Eintritt ins Paradies. Wenn du ihm aber ungehorsam leistest und ihm nicht zufriedenstellst und ihm Kopfschmerzen bereitest, dann ist er der Grund, warum du in die Hölle gehen musst. Deswegen schau, wie du mit deinem Ehemann umgehst. Der Gehorsam, hier sagen viele Gelehrte, dass der Gehorsam so wichtig ist, dass wenn der Ehemann dir etwas befehlt, deine Eltern dir aber etwas befehlen, du deinem Ehemann verhorchen musst und nicht deinen Eltern. Das heißt, sobald du das Haus deiner Eltern verlässt und geheiratet hast, dann ist dein Mann für dich verantwortlich und nicht dein Vater und dann musst du deinem Ehemann mehr gehorchen als deinem Vater und deswegen frage dich, so wie du mit deinem Ehemann umgehst, würdest du genauso mit deinem Vater umgehen? So wie du dich deinem Ehemann verhältst, würdest du dich deinem Vater so verhalten? So wie du deinen Ehemann behandelst, behandelst du genauso deinen Vater? So viel Respekt wie viel Respekt zeigst du deinem Ehemann? Zeigst du deinem Ehemann so viel Respekt, wie du deinem Vater zeigst? Und dabei musst du deinem Ehemann noch mehr Respekt zeigen als deinem Vater. Deinem Ehemann noch mehr behorschen als deinem Vater. Deinen Ehemann noch besser behandeln als deinem Vater. Deswegen, wenn dein Ehemann dir etwas gebietet und deine Eltern dem widersprechen, dann gehorchst du deinem Ehemann. Wenn dein Ehemann dir sagt, nein, du gehst nicht an diesem Ort hin, deine Eltern sagen, doch, du musst dahin, dann gehorchst du deinen Ehemann. Dann sagst du deinen Eltern, tut mir leid, ich kann nicht kommen, weil mein Mann möchte nicht. Mein Mann verbietet es mir. Genau. Du sagst, ohne dich dabei zu schämen, mein Mann hat es mir verboten. Das ist die Ehem-Islam. Die Ehem-Islam ist, dass dein Mann dir befehlen kann und dir verbieten kann. So wie deine Eltern dir befehlen oder verbieten können, wenn du zu Hause lebst. Deine Eltern können dir sagen, nein, du gehst nicht raus. Deine Eltern können dir sagen, nein, du kaufst das nicht. Deine Eltern können dir gebieten und verbieten. Das ist der Islam. Genauso du, wenn du eine Mutter bist, dann kannst du deinen Kindern gebieten und verbieten. Du kannst deinen Kindern sagen, setz euch hin. Du kannst deinen Kindern sagen, geht jetzt raus. Genauso kann der Ehemann dir sagen, setz dich hin und er kann dir genauso sagen, gehe raus. Er kann dir sagen, bring mir dies. Er kann dir sagen, nimm dies. Er kann dir sagen, geh dorthin. Er kann dir sagen, du darfst nicht dorthin. Das ist der Gehorsam im Islam gegenüber dem Ehemann. Er heißt nicht einfach nur, ich weiß nicht, manche haben, manche gucken zu viel Hollywood, manche denken, er ist einfach nur Spaß haben und wir sind gleich zueinander und ich räume mal ab und du räumst mal ab, ich koche mal und du kochst mal, wie das die Kuffar machen. Das ist keine Ehem-Islam. Ehem-Islam ist, dass du deinen Mann zufriedenstest und dein Mann dir Versorgung bringt. Ehem-Islam heißt, dass dein Mann dir die Religion beibringt und du ihn zufriedenstellst. Ehem-Islam heißt, dass dein Mann dich schützt und du ihm gehorsam leistest. Ehem-Islam heißt, dass dein Mann mit dir Kinder zusammenbekommt und du diese Kinder erziehst. Ehem-Islam heißt, dass dein Mann rausgeht und einkaufen geht und arbeiten geht und du zu Hause den Haushalt leitest und den Haushalt regelt. Das ist die Ehem-Islam mit den Geschwistern. Wir brauchen uns nicht von den Kuffar irgendwas sagen lassen. Diese Religion ist über, nicht über 1400 Jahre alt. Nein, diese Religion hat mit dem ersten Menschen angefangen. Denn die Religion El-Islam ist die Religion aller Propheten. Es ist die Religion der Menschen. Es ist die Religion von Adam, von dem ersten Menschen, der überhaupt hier gewesen ist. Und er hatte eine Frau. Und es war seine Ehefrau. Es war nicht seine Freundin, es war nicht seine Geliebte, es war nicht seine Affäre, sondern es war seine Ehefrau. Und sie hat ihm gehorcht. Und sie hat mit ihm Kinder bekommen. Und diese Kinder haben Kinder bekommen. Und so weiter. Das heißt, das was wir machen, ist menschlich. Das was wir praktizieren, die Ehe, die wir führen, mit diesen ganzen Regeln und diesen ganzen Bestimmungen, ist menschlich. Das ist die Natur des Menschen. Und das was die Leute heute machen, die Kufar, die Nichtmuslime und manche Muslime, die sich von dem Kufar verleiten lassen, hat nichts mit der Natur des Menschen zu tun. Der Mensch will von Natur aus eine Ehefrau, einen Ehemann haben, eine Familie haben, Kinder haben, eine Familie gründen, einen Haushalt haben, sich wohlfühlen zu Hause. Ein Mensch will Liebe haben, ein Mensch will Zuneigung, eine Aufmerksamkeit haben zu Hause. Das ist die Natur des Menschen. Aber das was heute läuft, ist die Natur des Schaitan, nicht die Natur des Menschen, die Natur von Satan. Er möchte, dass die Familien zugrunde gehen, er möchte, dass die Familien kaputt gehen, er möchte, dass die Menschen zugrunde gehen und deswegen sehen wir das, was wir heute sehen. Diese ganzen Irreleitungen, diese ganzen Schandtaten, die wir sehen, diesen ganzen Unglauben, den wir sehen. Angefangen von LGBTQ bis zur Emanzipation, bis zur Unterdrückung der Männer heute, ja die Männer werden heute unterdrückt, nicht die Frauen. Die Männer werden heute wie Dreck behandelt. Viele Gesetze, die heute erlassen werden, sind zum Nachteil des Mannes. Sobald die Frau die Polizei ruft, muss der Mann aus der Wohnung rausgeschmissen werden, selbst wenn er im Recht liegt. Selbst wenn die Frau ihm Unrecht gezahnt hat, ihn geschlagen hat, ihn bespuckt hat, dann muss er die Wohnung verlassen, sonst gibt es Stress mit der Polizei. Das heißt, das ist die Natur des Menschen, meine lieben Geschwister im Islam, das ist die Natur der Frau, das ist die Eigenschaft einer Frau im Islam, so muss sich eine Frau verhalten, so muss sich eine Frau benehmen. Eine Frau im Islam ist eine Ehefrau, eine Frau im Islam ist eine Mutter, eine Frau im Islam ist eine Frau, die ihre Familie schützt. Möge Allah uns recht leiten, unsere Frauen, unsere Schwestern, unsere Töchter beschützen und recht leiten und inshallah werden wir in den nächsten Folgen nochmal über einige andere Eigenschaften einer Frau im Islam sprechen. Seid gespannt und schaut zu. Das war allaheim, subhanahu alaihi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh